Mischgemüse, Mischgemüse Das ist echt gut hier. Das ist echt toll. Nicht mehr lange bis zu den Olympischen Spielen hier in London. Vielleicht noch zwei, drei Wochen. Und die ganzen Nutten aus Osteuropa, die sich schon schwammartig auf den Weg gemacht haben, um in London tätig zu werden, war richtig cool zu machen. Mal richtig abzusahen, mal richtig die Taschen vollzuschlagen, mal so richtig lehnen, mal so richtig lehnen. Genauso haben sich hier, ich kann ja nähe von der Brick Lane, hier in der Nähe von der Brick Lane oder hier so einem Bereich, haben sich die ganzen Spalacken Europas und die ganzen Freude der Spalacken Europas getroffen, um zusammen das große Fest zu begegnen, die Olympische Spiele. Exemplar schnitt so einige Eindrücke aus den schmalacken Meet & Greet. Buh! 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 overwhelm! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber hey, ich habe sie gesehen, wie sie vor den Überwachungskameras posiert haben. Smile, you are on CCTV. Und ey, außerdem sind wir hier ja nur im Internet. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.